Sollte jemand unter Ihnen sein, der jünger ist als 18 Jahre, der möge bitte kurz nach draußen gehen. Allen anderen, die Spaß verstehen, wünschen wir uns gute Unterhaltung beim Sketch, der Unterschied beim Duschen zwischen Frauen und Männern. Wir beginnen mit den Frauen. Auf dem Weg zum Badezimmer trägt sie einen langen Bademantel. Wenn der Ehemann vorbeikommt, bedeckt sie schnell alle kritischen Stellen. Im Bad zieht sie sich aus und sortiert ihre Wäsche nach Baden und Temperaturen. Sie schaut sich ihren Körper im Spiegel an und überlegt, ein Muskeltraining zu machen. Sie geht in die Dusche. Dort benutzt sie einen Gesichtswaschlappen, einen Armbaschlappen, einen Fußwaschlappen, einen langen Naturschwamm, einen breiten Naturschwamm und einen Bimsstein. Dann wäscht sie sich die Haare mit Kokosnuss-Shampoo mit 43 Vitaminen. Sie wäscht sich das Haar noch einmal, um sicher zu sein, dass es auch sauber ist. Dann trägt sie sich einen Haarbalsam mit Avocadoöl auf. Das Ganze lässt sie unter der Dusche 15 Minuten einwirken. Dann wäscht sie sich das Gesicht so lange mit einem Schrupper und zerkleinertem Marienkeine Stückchen, bis das Gesicht rot wird. Den restlichen Körper wäscht sie mit einem Pflegemittel aus Ingwer- und Mandeldöl. Dann spült sie den Balsam wieder aus. Sie rasiert sich die Achselhöhlen und die Beine. Wasser aus. Mit einem Gummiewischer entfernt sie nun alle Wasserflecken. Schimmelflecken besprüht sie gleich mit einem Badezimmerreiniger. Erst jetzt steigt sie aus der Dusche und trocknet sich mit einem Handtuch von der Größe eines kleinen Landes ab. Die Haare rubbelt sie mit einem super saugfähigen Handtuch trocken. Sie untersucht ihr Gesicht im Spiegel nach Pickel. Haare reißt sie mit einer Pinzette aus. Dann zieht sie den Bademantel wieder an. Dann zieht sie den Bademantel wieder an. und falls der Ehemann wieder vorbeikommt, bedeckt sie wieder alles sorgfältig. So duschen Frauen. Er zieht sich aus und wirft die Wäsche auf den Bogen. Er läuft nur leicht bekleidet ins Bad. Er läuft nur leicht bekleidet ins Bad und wenn die Ehefrau vorbeikommt, wackelt er mit seinem Bimmel und sagt Im Bad schaut er sich seinen Bimmel noch einmal an, genau, und kratzt sich am Arsch. Er steigt in die Dusche und wäscht sein Gesicht und seine Akkuhöl. Die Nase schnäuzt er sich mit einer Hand. Die Dusche spült ja sowieso alles wieder weg. Er macht Furzgeräusche und macht sich fast dumm, wie laut sich in der Dusche klingelt. Die meiste Zeit verbringen Männer damit private Bereiche zu waschen. Er wäscht sich den Po und lässt seine ausgefallenen Haare an der Seife hängen. Dann schamponiert er sich die Haare und probiert einen Hirokesen Haarschnitt. Er pinkelt. Dann spült er sich das Shampoo wieder aus und dreht das Wasser ab. Er steigt aus der Dusche und trocknet sich nur leicht ab und führt Selbstgespräche über die Wasserflecken. Nochmals betrachtet er die Größe seines Bimmels und schätzt ihn ab. Nur mit einem Handtuch um die Hüfte geht er wieder zurück ins Schlafzimmer. Und wenn die Frau wieder vorbeikommt, zieht er schnell das Handtuch weg und wackelt mit dem Bimmel und ruft. Soh, du musst nicht mehr. Soh, du musst nicht mehr. Aplausos sie Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.